mit 3 hey Juli was schau den chat dann weißt du es warum bist du raus hehehe warte it's look like the game has crashed echte eheh ja hehehe ja geil das finde ich richtig sexy von denen okay das Portal soll muss Richtung Süden schauen Wenn ich doch nicht so Vielleicht auch richtig nur Nordosten. Was für ein Nordosten, Alter. North, West, South. South. Das heißt South. Das ist jetzt aber ganz schlecht. Was ist? Eigentlich soll ich das Portal versetzen. Ja, mach doch. Ich habe aber keine Steine dazu. Okay, ich hole kurz welche. La, 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 la. La, 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 la. Weißt du, über welches Lied das geht? Nö. Gott. So. Ich hoffe, ich habe jetzt alles dabei. Aber nicht, dass du jetzt schon wieder mich alleine lässt, gell? Äh, gehört nicht versprechen. Warte, wolltest du dein Haus dich da in den, in den Berg da reinbauen oder wolltest du da irgendwas anderes hinbauen? Hä? Lava. Wo bist du? Äh, im Ding. In, 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 in der Höhle da. Im Nähter? Nein, in Strip-Mining. Achso. Ich habe fast wieder in Lava gefallen. Huh. Knapp du. Okay. Eigentlich soll ich das verstecken. Die Maschine. Warum denn? Weil sonst kann ja jeder duplizieren, wie er will. Ja, obwohl nicht jeder weiß, wie die, wie die Maschine funktioniert. Ja, war ein Creeper. Was soll ich nicht ausleuchten? So. Wahrscheinlich nicht ausleuchten. Du bist aber vielleicht gebannt wegen... Unnützer Maschine oder sowas, keine Ahnung. Unnützer Maschinerie. Ah, ha, 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 ha. Ja, klar. Ähm. Wuh. Das machen wir. Wuh. Äh, mir wird. Werde, was? Jetzt muss ich das Video benutzen. Warte, so. Warte. Zippe. Normalerweise an der Lava geht die FPS runter, ne? Irgendwie nicht. Bei mir geht's ja hoch. Bei dir nicht, ja. Warte, jetzt mal bitte kurz ruhig, sonst verstehe ich das Video nicht. Okay. Okay. Silberfische. Okay, jetzt kannst du wieder was sagen. Ja, komm, vielleicht noch mal mit mir Silberfische raus, das ist ein Dricksblock. Ja, da sind oft, oft immer vier oder zwei Blöcke. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Ich hab's schon gewundert, hä, warum geht die Boxe schon mal zum Abbauen? Ja, wenn du das merkst, dann sind es Silberfische. Alter. Nacht, Emerald. Alter, wer schreibt mich denn hier wieder jetzt in Steam? Und Jonas. Alter, ich hab mich gerade immer schlossen. Nein, jemand anders. Jonas. Nein. Dann weiß ich's nicht. Der Stinker. Ich bin ja nett. Ja doch, Janis. Nein. Der andere Stinker. Oder besser gesagt, der Camper. Ach, der. Ach, der. Acro-Kiddy. Harte, mit dem Schade sehe ich hier kaum was. Ja, pfff. Ist nicht mal ein Problem. Weil die Lava ist so hellig. Passiert halt, ne? Ähm, alter, ich bin voll in Laufwärm. Wir haben, wir haben jetzt gefragt, ja, wo Trissi weggegangen ist. Ich hab vielleicht nicht jemand anderes jetzt Lust hat mitzumachen, aber leider ist niemand da. Von den ganzen Spagos. Was? Was ist jetzt? Nix. Wieso? Wo du grad so Geräusche gemacht hast. Äh. Nö. Okay. Hab ich mich verhört. Lol, warum ist hier ein Block? Alter, ich muss hier mal ausleuchten, ey. Ohne Spaß, dass ich hier mal was sehe. So. So, 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 so. So, 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 so. Was man da hier für eine Fläche braucht. Weh, ich hab jetzt nicht genug Kabel dabei. Es könnte sein, sagt er im Video, dass der Server dadurch leckt. Wenn Patty überhaupt noch da ist. Was? Oh. Was? Ich glaub Patty ist schon wieder AFK. Geh, wir machen den To-get-A-Season. Okay. Was? 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 so kommt jetzt hier nicht gemütet bis sich du trägst so 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 alles klar guck mal das video weiter boh ohne spaß bitte weit okay das hier habe ich okay warte stopp mich abzuschießen ich habe meine sounds aus vielleicht trotzdem bisschen anlassen so okay das reicht genau wegen einem kabel alter wurscht dann noch einer könnte sein dass es den einen fett hoch hoch mein herz da wäre ich fast runtergefallen so wir müssen uns anhand der linie orientieren hat er gesagt so 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 so